Also gut Freunde, ich bin zwar spät dran mit meinen Summons für LF, Name, Goku und Dragon Ball Legends, aber ich habe den Boy auf jeden Fall nicht vergessen. Ich begrüße euch recht herzlich dazu, Boys and Girls. Ich habe für ihn gesummelt, als ich unterwegs war, während ich auf der Gamescom war, als er auch verreist war. Er kam halt für mich zu einem ungünstigen Zeitpunkt, sag ich mal. Ich war halt halt außer Haus und musste viel vorproduzieren, aber ich habe unterwegs dennoch gesummelt und dieses Summons schauen wir uns heute gemeinsam an. Lasst ihr mich im Endeffekt wissen, wie eure Name, Goku, Summons liefen, Boys and Girls und wie ihr ihn findet, den Name, Goku. Also ich habe bei vielen gehört, ja okay, sie finden das jetzt an der Stelle ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, einen Moment. Weiter geht's. Ich habe vergessen, den Ton anzuschalten für euch. Ähm, viele meinten, ah, dass er so reused ist und so. Ja, ich meine, ja okay, gut. Also es gibt auf jeden Fall, also wir hatten einen Transforming-Name mit Goku, der ist auch blau gewesen, so. Jetzt haben wir einen neuen. Aber ich meine, keine Ahnung, irgendwie irgendwann wird es immer der Fall sein, dass so Gadget-Games-Charaktere, die es schon gab, nochmal in Neuauflage kommen. Viele meinten auch, die Animationen seien reused. Also, den würde ich nicht widersprechen. Aber ich finde es nicht schlimm, weil es ist, also nicht jede Animation vom neuen LF-Name Goku ist reused von irgendeinem anderen Name Goku. Sei es von dem LF zuvor oder von dem roten oder ultra oder was auch immer. Oder kommt es zu mir so vor. Also, ich habe das Gefühl, ja klar, ein paar Shorts und so sind ähnlich, aber das ist schon nicht 1 zu 1 alles gleich. Ich finde es aber nicht so schlimm, weil der Charakter, also ich habe mir viel Gameplay zu ihm angeschaut. Und der Charakter ist wirklich geil, also so wie er sich spielt. Der ist ja, er gibt mir brutale Flashbacks von dem ultra kalten Goku Blue. Bei ihm muss man ja auch immer Key-Chargen und sein Key-Charge, das hat sich ja richtig schnell gefüllt. Und, ähm, bei dem Name Goku fühlt sich das auch sehr, sehr schnell. Nur muss man es wieder entladen mit anderen Karten, so war das richtig, mit grün, blau und so und so fort. Aber, wenn der Boy mal in Fahrt kommt und das kommt, der relativ schnell, dann bricht er gefühlt jedem links und rechts die Nase tatsächlich. Hier habe ich erst mal seinen, äh, Vater gezogen, den Urvater Barok. Ich hatte sehr, sehr Hoffnung bei diesem Summon, weil die Animation eigentlich sehr clean war. Aber, ja, ähm, kam aber leider der Vater, der Urvater Barok. Hoffnung ist natürlich immer noch da, dass ich Namek zum Goku ziehe. Ähm, ich habe dem Boy auf jeden Fall einen guten Versuch gegeben, also nicht nur bei einem Durchlauf belassen, das werdet ihr gleich sehen. Weil ich habe die Ginyu-Force Chars, ich habe da auch, by the way, auch schon weiter gesumpt, als ich unterwegs war. Und, äh, mein Ginyu ist jetzt auf, äh, 7 Sterne. Ich habe ihn auf 6 Sterne gezogen, dann mit Multiplatorin auf 7 Sterne geballert. Reku-Mungulda habe ich auch nochmal gezogen, die sind auf 6 Sterne. Bartu und Gs sind weiterhin 3 Sterne. Und dadurch, dass er, äh, die Ginyu-Force-Kraft ihre wirklich übertrieben Glück hatte, und ich habe in einem Durchlauf jeden Ginyu-Force-Chars gezogen einmal, äh, dachte ich mir, komm, Namek-Goku gebe ich einen Versuch. Weil man kann sie tatsächlich alle zusammen in einem Team spielen. Ist dann so ein Freezer-Saga-Team. Aber, das geht, du tust einfach Namek-Goku auf den Leader-Stort, und dann hast du eben deine Ginyu-Force-Members am Start. Also, kann man definitiv machen. Namek-Goku auf jeden Fall auch sehr, sehr stark gegen Vitito Blue, ne. Vitito Blue ist immer noch so bei mir so ein... Wobei, ich muss ehrlich sagen, Ultra-Vitito Blue, mich regen Elef, Goku und Freezer viel, viel mehr auf, als Ultra-Vitito Blue. Gegen Ultra-Vitito Blue mit dem Release habe ich nämlich liebend gern Senkai Chunks gespielt. Der war ja auch blau, und Vitito Blue hat denen gar kein Damage gemacht. Aber Goku und Freezer, die waren richtig eklig. Aber das Schlimmste ist ja, wenn man eben Goku und Freezer und Vitito Blue in einem Team spielt, und man packt so einen P-17 oder so rein, Firearm. Das ist so ein Toxic-Team einfach nur. Und, ja, ihr wisst ja, ich hab gar keine Lust, so was zu abusen. Deswegen, das haben wir nicht gerne so für Charaktere, die jetzt nicht so toxisch sind, sag ich mal, die auch ein bisschen Spaß machen. Also, ich muss ehrlich sagen, so nachdem ich die Ginyu-Force-Chars gezogen habe, ich spiele sehr viel mit ihnen, die machen sehr Spaß. Und deswegen, wenn ich da in den Reihen noch Namen Goku reinschmeißen könnte, würde es mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Boys und Girls, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, oder im Endeffekt, wenn ihr die zukünftigen Videos nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da, als auch einen Daumen hoch. Genau, also ein Like auf das Video. Und, der erste Durchlauf ist somit zu Ende. Mit, ja, natürlich nicht so geil mit Green Skies. Aber ich sehe in dem Multi was gedroppt. Ich kann mich vage erinnern, dass ich schon einige LFs gezogen habe, definitiv. Ich weiß aber gerade nicht, in welchen Multi ist das genau, war das Ding. Also, ihr merkt es auch schon, das ist ein Art-Commentary. Also, ihr merkt es, ihr habt es hoffentlich bis, ja, ihr habt es safe gemerkt, oder? Weil, ich habe ja gemeint gehabt, ich war unterwegs, und habe unterwegs einfach gesumpt. Ich müsste aber mal, also, was ich auf jeden Fall noch so vorhabe für dieses Jahr, zwecks so Equipment oder Content, und da natürlich immer Shoutout und vielen Dank, dass ihr immer die Videos, Streams, etc., alles supportet. Weil, dann kann ich das eben reinvestieren, und dadurch, dass ich jetzt unterwegs auf der Gamescom, als auch verreist war, hat es mir wirklich sehr angetan, dass ich mobil einfach auch aufnehmen kann. Also, nicht ewig lang für eine Woche, eineinhalb Wochen, wenn du so vorproduzieren musst, mich einsperren musst, sondern, wenn ich einfach mobil auch producen kann. Das heißt, ich habe mir höchstens recht, dieses Jahr noch mein Laptop zulegen. Also, ich habe einen, aber der ist halt alt, ein MacBook Air, der ist sehr alt. Und, da habe ich aufrüsten, weil eigentlich Equipment habe ich alles. Ich kann einfach meine Kamera mitnehmen, rausnehmen, mein Handy habe ich hier, und kann dann alles so zusammenbasteln. Nur, wenn ich so einen starken Rechner-Mobil noch habe, sage ich mal. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Das hat es mir angetan, tatsächlich. Ich war lange nicht mehr so Back-to-Back-Verreist. Und deswegen, ja. Wollte einfach nur so Gedanken mit euch teilen, die ich so hatte. Wisst ihr, was ich aber vergessen hatte? Ich habe total vergessen, dass ich Tickets noch habe. Das ist mir einfach random nachts eingefallen. Hey, warte mal, ich habe doch noch Tickets. Diese Aufnahme ist 21 nachts, steht hier bei mir auf dem Handy. Und mir ist einfach eingefallen, warte mal, eigentlich war es nach dem Multi oder auf der nächsten Aufnahme. Warte mal, ich habe doch noch Tickets. Ich kann doch noch, weil aufs Pg werde ich auf jeden Fall nicht gehen. Ich wollte einfach nur den Versuch geben, jetzt in den Zeiten durchlaufen. Und gucken, ob ich nach mit Guckuck ziehe oder nicht. Da habe ich auf jeden Fall gescriptet, ja, wäre schlecht erstmal die Animation. Und mal gucken, warte mal, ihr werdet ihr das merken. Ist mir das hier eingefallen, dass ich Tickets habe oder in der neuen, in einer anderen Aufnahme. Ja, der LegendPike war nicht, dass es hier an der Stelle mal kurz noch für euch laufen. Das war so übertrieben wichtig, ey. Manchmal kommen die, manchmal, ähm, klappt es da mit den Tickets, so. Ja, genau, hier ist es mir eingefallen, gibt euch. Ich so, warte mal, ey. Ich habe gerade ein Multi rausgehauen, aber ich habe auch noch Tickets. Ich kann doch noch Tickets raushauen, gg. Ja, rein da, dachte ich. Ich glaube, nebenbei habe ich Videos produziert oder so, dann hier, Sargetten, das war nach einem Stream. Da habe ich noch Videos vorbereitet und dann habe ich einfach ein Ticket rausgehauen. Da bin ich viel dabei. Ähm, und dann. Du, 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 du. Ich gucke so runter, ich sehe Bardock-Animation und dann Bardock. In dem Banner ist mir der neuesten Sparkling-Elef, Namikoku. Das heißt, wer 1-1 zusammenziehen kann, gg, Namikoku. Nehme ich an. Einfach mit dem Ticket. Genial, wirklich. Wenn man mit dem Ticket den neuesten LF zieht, hat man alles richtig gemacht. Ja, und dann habe ich den Ball gespielt in einem Guinea-Force-Team und er hat richtig Spaß gemacht und der Greed hat reingekickt. Diese Aufnahme entstand um 3.22 Uhr nachts. Ey, ich war so greedy einfach nur. Ich dachte mir, ey, der macht so Spaß. Den will ich, ich will jetzt Dupes bei dem. Ich will den nochmal ziehen. Und ey, guck mal, dieser Mutti sieht auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aus. Blue Skies, Goku Blue am Start. Leute, glaubt ihr noch, ohne zu spickeln, jetzt spürt nicht vor. Glaubt ihr, ich ziehe noch weitere Namen, Goku. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ha, schade. Das hätte er sein können, logisch. Ja, nee, das Bagen hätte es sein können, so ist es nicht, aber... Zahando. Junge, Junge, dieser Topo. GG, du... Ihr habt gesehen, wie schnell ich den weggeklickt habe. Das hat mich so aufgeregt. Ich hatte nämlich echt gedacht, dass ich nochmal einen LF Namek Goku gepullt habe. Ihr merkt auch schon, der Greed war einfach maximal am Start. Ja, und genau deswegen bin ich natürlich weiter reingegangen. Zeitendurchlauf hier am National noch beendet. Boys and Girls für LF Namek zum Kakarot. Drankballs? Dreams? Drankballs, ich wünsche mir noch ein Namek Goku Duke. Please. Schade. Schade. Dazu mal Dreams of Badog Animation. Warte mal, was ging denn in den Folgen, in den Folgen Multis? Ist da noch was gejobbt? Schauen wir mal. Ah, nee, irgendein Sparking, okay. Ah, noch einer? Okay. Noch einer? Okay. Noch ein Sparking, vielleicht? Ja, nein. Keine Lust? Dann hat nicht. Aber Free Multi Boys and Girls, wenn ihr mitmachen wollt, macht einfach mit Groups sometime. Ich wünsche euch viel Glück. In egal welchem Spiel eurer Wahl. Drei, zwei, eins. Zieht mit jetzt. Auf geht's. Ich werde hier nie aufhören. GG. GG. Einfach Naomiko Kutsai mal gepulst. Jeweils einmal pro Durchlauf. Geil. Also Lenz, Lenz und ich sind wieder so. Lenz und ich sind, wir sind für eins. Ginyu Force Chars, in einem Durchlauf, jeden einmal gepult. Naomiko Kutsai auch pro Durchlauf einmal gepult. Hab den einfach zweimal bei mir auf sechs Sterne. Oh mein Gott. Und ich hab ihn danach gespielt. Also die Tage werden auf Showcase und Showcase wiederkommen. Naomiko Kutsai ist wirklich richtig gut. Also die haben den Charakter sehr gut gemacht. Das heißt, er ist bei mir jetzt wie gesagt an der Stelle auf sechs Sterne. Bei den Tickets, kann ich noch Tickets rausholen? Hab ich noch irgendwas gemacht? Zielfähigkeit nehme ich natürlich auch an. Also eine stärkere Zielfähigkeit jetzt hat. Herr Jerobe, jetzt Dankeschön. Tschüss, hau rein. Aber, ich hab noch CC. Die hab ich bestimmt rausgehauen, oder? Als hab ich da jetzt Schluss gemacht. Ah, okay. Ja, die hab ich bestimmt rausgehauen. Weil bei vier Tickets, äh, vier Coins war ich, dass ich noch ein Ticket holen kann. Und so weiter und so fort. Also ihr kennt ja den Greet eures Boys. Ähm, ich will euch aber tatsächlich nicht allzu sehr auf die... Auf Spannung halten. Deswegen skippen wir mal Forts. Weil... Ich nehm's außen vorweg, ja. Aha, das war's. Die Dreams war's. Die Greet maximal. Ich mach einfach weiter. Ich hör nicht auf. Das ist alles Free-to-Place, die ich siehe, weil... Ich hab gemerkt dann auch noch nachts so... Hö, es gibt ja ein Raid. Dann hab ich ein Raid noch ein bisschen gemacht. Und so dort sie bekommen über Missionen. Und dann dachte ich mir, ey, mir... Weißt du was? Namekoku hat's so gegönnt. Rein mit dem. Und er ist auch wirklich busted. Aber ja, im Prinzip jetzt, äh, Realtalk. Das war's dann im Prinzip. Aber genau. Soviel zu meinem LF Namekoku-Sams Boys und Girls. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace. 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 Vielen Dank.